hey ho leute und willkommen zurück zu einer neuen folge let's play city city skylines ich will immer mein kraft sagen also ich glaube mal die müssen wir hier noch verbinden die straße dann müssen wir noch wasser wasser verlängern weil die hier kein wasser haben ich glaube das relativ gut die die haben noch strom das ist gut 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 also brauchen noch ein paar mehr wohnhäuser müsste eigentlich danach hinten weg gebaut werden dieses gedingste ist ich weiß nicht woher das kommt es ist mich total wuschig macht so ich gucke mal kurz ne hallo also keine gerade straße bauen bist du unfähig oder was aber so fertig da können dann noch wohngebäude ich brauche jetzt einfach wohngebäude hin die sollen sich nicht beschweren das geschäft ringt hinter meinem haus bla 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 so ich gucke mal strom okay müssen mal wieder hochschrauben bildung ist auch relativ schlecht und man strom denken wieso schreien die danach wasser ich weiß es nicht wieso aber das gebimmel leute ich weiß nicht was es ist okay die bekommen die müssen noch eine eine grundschule hier vorne hinbekommen das geht aber nicht so wieso kann man eigentlich nur einmal eine grundschule das macht doch keinen sinn okay oberschule industrie wollen haben ok dann kriegen wir noch platz hier so ach die haben keinen strom mehr hin und bekommt ja auch nicht mehr hin weil sie ja auch nicht weiter ne ihr habt das strom hört auf zu meckern ey ok ähm ok dann machen wir strom höher so zack soll er reichen oder ding 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 wer hat hier gemeckert da passt noch was rein leute in die high school so ich weiß nicht was das gedingste ist hier also hier kommt industrie ok was willst du was will was wollt ihr habt strom ihr habt strom leute kann ok ihr wollt ihr ihr könnt gerne er war so müssen wir leider hier rüber bohren damit ihr dahinten strom bekommt paar gebäude abreißen wollen sie bestimmt so jetzt sollte es aber reichen oder oder auch nicht wird einfach hier so jetzt müsst ihr zufrieden sein leute ich könnte ja noch mal windpark aufstellen ist es gutes oder schlechtes wind zeugs hier aktiv in aktiv ich habe keine ahnung warte mal windrichtung da ah ok stärke null ist es gut ich denke schon ne dann machen wir hier mal eine windturbine hin in der hoffnung dass es hilft jetzt müssten die da hinten nämlich auch strom bekommen nach geht doch da hinten was ist das totes ende hier das weg hallo hier machen wir es nur so dann müssen wir noch ein paar mehr wohnhäuser wollen sie haben ok noch mehr wohnhäuser ey mit industrie haben sie aber auch ne so so wollen wir das hier noch zu rund dann kommt hier hinten irgendwie noch wohngebiet hin irgendwie vielleicht hier so eine zweite straße oder so oh wir haben die 2600 erreicht äh mal gucken was wir jetzt neue rechtlinien bustephof ok wir brauchen sofort ein friedhof weil ich da gehört habe ich muss mal kurz gucken wo der ist ähm weil ich gehört habe dass hier sofort leute sterben und so ah hier den bauen wir doch gleich mal hier hin ok die sind alle glückchen zufrieden das ist schön weil ich gehört habe dass leute sofort sterben gucken wir mal strom ist relativ gut bildung äh ist langsam voll ne kann man da hier irgendwie noch was machen die gesundheit mache ich mal höher haben wir denn was haben wir denn noch so ach so das sind alles diese upgrade dinge ok busdepot ja nahverkehr da müssen wir mal gucken weil damit kommen wahrscheinlich auch irgendwie neue leute und so weiter alle nur wohin damit äh ist das eine belästigung für die leute ich weiß es nicht deswegen äh ist egal wohin ne oder guck mal hier ist es direkt ans wasser soll man mal machen oder muss ich das in die stadt bauen ich baue es jetzt einfach mal hier hin und busdepots müssen wir bauen also geht er so es scheint dass sie sehr glücklich und zufrieden hier alle sind ähm muss man mal gucken ich weiß jetzt nicht wieso die hier nicht weiter zurückfahren können aber so scheiße so äh so okay ich glaube das sieht ganz gut aus kann man hier noch irgendwie so eine stricke zurück machen nicht wirklich ne okay hier auch noch so so ich glaube jetzt habe ich alles geupdatet was zu updaten gibt es Linie abschließen ich glaube mal die sind zufrieden oder so und bauen wir jetzt mal hier noch ein paar straßen hey hört auf zu meckern Leute ich sag's euch ich muss mal eben ein Haus abreißen sorry weil hier muss noch ähm ein Wohngebiet hin ähm so und der Art irgendwie hä scheiße nein ähm wie geht das nochmal weg ähm ah hier okay puh ich dachte schon so Gau mal hier hinten noch so ein paar Parks oder so guck damit sind die nämlich auch glücklich hier da oben ich glaube hier hat gar keinen Parken Zweck oder so kann das sein was sollen wir mal machen na doch ein paar sind zu glücklich aber die meckern immer noch über Strom es ist unfassbar das Ding hat doch alle Strom da hinten die haben keinen Strom jetzt aber ich hab nicht genug Geld nein unglaublich so wenigstens ein paar vielleicht schauen wir uns auf die 3000 und dann ist die Folge zu Ende ich mach mal ein bisschen schneller bisschen mehr Kohle verdienen jetzt meckern sie auch noch über Wasser ach so ja okay jetzt verstehe ich wieso wieso euer so das müsste doch so reichen dann eine Busstrecke so äh wieso wird das hier nicht verbunden ähm ich weiß jetzt nicht wieso aber wir haben die 3000 erreicht Leute wir haben noch 4 Einwohner kommt schon ja wir haben 3000 erreicht Leute okay dann würde ich sagen das war's für die Folge und dann sehen wir uns nächste Folge wieder haut rein es ist sie doch langsam was verlassen ins Gebäude wieso wieso warum ha hallo die haben kein Wasser die haben kein Wasser oh Gott wie das für eine Zumutung ist das denn Leute wieso sagt ihr mir das nicht vorher und da hinten ist irgendwie ich weiß nicht was ein Problem das da hinten sein soll mit dem Strom aber das kriegen wir auch noch irgendwie hin ich mach jetzt einfach mal so vielleicht können wir das hier noch verbinden oder so in der Hoffnung dass das da okay die verlassenen Gebäude müssen wir natürlich abreißen hoch ich bin ein neuer gebaut ich glaube ich weiß nicht was das für ein Gebäude ist weg damit hier auch so ich glaube jetzt sind wir alle toten Gebäude weg was ist das denn Mensch weg hat ja immer noch über Strom da hinten gibt's doch gar nicht nicht genügend Strom Mensch wir haben genug wo fahren die denn hin hallo äh okay Leute das geht ja wohl mal gar nicht ne was ist das denn hier ach so ein Park ist das okay dann wollen wir hier einfach eine Windturbine hin können wir nicht ach Leute ey jetzt müsst ihr aber Strom haben oder na so geh doch da ist Strom da ist Strom das ist doch alles hier vernetzt oder nicht oder irre ich mich das gibt's doch gar nicht das kann doch nicht schon wieder alle überlastet sein ich will doch Informationen über den Strommast bekommen okay warte mal eben Strom da da kommt der Strom hin ich weiß nicht wieso die meckern das verstehe ich einfach nicht ich kann hier nochmal Strom hochdrehen auf 150 aber mehr kann ich da auch nicht machen so dann würde ich sagen das war's für die Folge ich hoffe sie hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal Leute ciao ciao